Hey jo, wissen Sie Herr Wanner? Intelligente Kühlschrank heisst nicht, dass er Ihnen sagt, wenn Sie zwei Brownies gegessen haben und nicht mehr das Kost ihm hineinpassen. Er sorgt hingegen für täglich frisches und feines Essen im Büro, so dass erst die Viehlerin nicht davon abhängt, ob Sie jetzt dem wilden Mann noch einen Apfel aus dem Röckli reissen können. Alles andere ist Lelle König. Untertitelung des ZDF für funk, 2017